Marketa Lang, die Vorrunde ist vorbei, hier an der U18-WM. Ihr habt leider dreimal verloren, allerdings in knappen Match gegen Deutschland, nachher relativ klar gegen Brasilien und Österreich. Du bist mit 13 die jüngste Starterin hier im Schweizer Team. Wie bist du zufrieden mit deiner persönlichen Leistung und dieser vom Team? Als ich das erste Mal an meinem Grosserlass bin, war es sehr gut. Ich habe mich wohl gefühlt und ich habe es mega cool gefunden zum Spielen. Aber es gibt natürlich immer Luft gegen oben und ja, mal schauen. Ja, jetzt ist es ja so, wir müssen jetzt in die Hoffnungsrunde. Da wissen wir den Gegnern an, nachher voraussichtlich das Halbfinale gegen Deutschland, wo wir ja das erste Spiel 3-2 verloren haben. Was rechnest du dort aus oder was erhoffst du gegen Deutschland? Ich hoffe, dass es das Mal schlönt und ich hoffe, dass es regnet. Okay, dann wünsche ich sehr viel Glück für das Halbfinale und toi 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 für das weitere Turnier. Danke.